Bhagavad Gita Vers 29 Ich zittere am ganzen Körper und meine Haare stehen mir zur Berge. Mein Bogen Gandiva kleidet mir aus der Hand und meine Haut brennt. Erklärung Körper zittern und Haare sträuben sind Phänomene, die entweder in großer spirituelle Ekstase oder in großer Angst im materiellen Leben auftreten. Wenn man die transzentrale Verwirklichung erlangt hat, ist man frei von Furcht. Die Gefühle Arjunas in dieser Situation entspringen materieller Angst, nämlich der Angst, das Leben zu verlieren. Dies geht auch aus anderen Symptomen hervor. Er wurde so ungeduldig, dass ihm sein berühmter Bogen Gandiva aus den Händen glitt und weil sein Herz im Inneren brannte, spürte er ein Brennen auf der Haut. All dies hat seine Ursache in einer materiellen Auffassung des Lebens. Die Gefühle Arjunas in der Händen glitt Die Gefühle Arjunas in der Händen glitt Die Gefühle Arjunas in der Händen glitt Die Gefühle Arjunas in der Händen glitt